Hm, 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 weiter. Interessant ist, dass man in Warcraft 2 auch schon über die Todesritter erfährt. In Warcraft 3 ist das nochmal richtig intensiv. Da spielt man auch selber ein Todesritter, aber ich weiß nicht, dass es in Warcraft 2 auch schon ist. Na egal, elf die Untoten von Quelltalas. Die Elfenfestung zerstört. Herrlich, mit was wir hier mal wieder starten, nicht wahr? Einer Schmiede, ein Haupthausen, äh... Ach, du Scheiß, was? Einer Schmiede, Leute, Leute! Mal ganz im Ernst. So, Laden. Mal ganz im Ernst, das kann's ja wohl nicht sein. Ne, 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 das finde ich echt nicht okay. Sieg, so, blablabla, bis nach. Weiter. Weiter. Die, da geht ja mal gar nicht her, ey. Mal ganz im Ernst runterlöslich raus. Der, 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 der... Sehr gut, und jetzt den da. Jetzt den da. So, haben wir das jetzt auch schon mal erledigt. Dankeschön. Mann, echt mal, was soll denn das hier? Darf man sich nicht mal anmerken? Ich muss hier oben vorbereiten? Tut's direkt schon los? Egal. So, du bist mit. Ich brauche jetzt erstmal was. Ich brauche ein paar Drogen. Und zwar... Ähm... Die Säge wäre wunderbar. Ja, dann mach mal Arbeit da. Dann schicke ich noch... Ehm... Einen zum Gold holen. Und die restlichen zwei zum Holz hatten. So. Aber das... Ja... Dann auch schon mal. So, aber mal eben Speichern. Und zwar unsere... äh... Fünf. Oh mein Gott. Es leckt... Es leckt schon wieder. Es leckt schon wieder. So. Kurz die Aufnahmen neu schalten, wenn es leckt. Also... Fertig zur Arbeit. So. Und du musst es da jetzt haben. Lalalalalala. Fertig zur Arbeit. So. Aber Leute, ich werde jetzt erstmal... Ich habe jetzt das Spiel gespeichert. Und ich werde jetzt erstmal... Die Basis wenigstens ein bisschen... Ausbauen. Es kann ja echt... Nicht... Sein... Dass es hier schon so actionreich zugeht. Ich werde hier einiges bauen. Aber das mache ich jetzt... Ausnahmsweise wirklich mal offscreen. Denn ich glaube... In den späteren Kapiteln... Ist es ein bisschen problematisch... Wenn ich alles zeigen werde... Weil ihr dann ewig warten müsst. Naja. Also... Bis gleich. So. Ich melde mich zurück... In einem Zeppelin... Der schon durch die Bogenschützen hier... Öfters seines Lebens verloren hat. Aber ist ja auch egal. Ja bla bla. Ähm... Ich wollte eigentlich nur gucken... Ob er eben die Basis... Ist... Wir sollen ja... Die Festung der Elfen zerstören. Die Frage ist... Wo... Ach du Scheiße. Um Himmels Willen... Nicht euer Ernst. Und wie das Zeugen ernst ist? Ja. Schön. Es gibt einen Fluss. Ein Fluss. Was ist hier. Sehr schön. Naja. Ich zeig euch... Ich zeig euch mal eben... Was ich gemacht habe. Ich habe als erstes... Die Urga hier stehen gelassen... Und diese Türme hier aufgestellt. Sind beides Kanonentürme. Weil... Hier wird man echt... Öfters... Angegriffen. Das ist... Unglaublich. Wird jetzt schon lange nicht mehr angegriffen. Aber... Zum Anfang. Dann hier habe ich drei Türme hingestellt. Auch alles Kanonentürme. Und okay. Ja. Dann habe ich ein bisschen... Zwei Höfe gebaut. Eine Kaserne. Ich habe vier... Vier zum Gold gelassen. Vier zum Holz erbauen gelassen. Und anschließend... Zwei paar Listen schon mal... Ähm... Ergestellt. Und... Jetzt mache ich gerade den zweiten Kobold. Weil ich muss mit Zeppelin Dingen da halt. Ist doch schon. So. Jetzt frage ich mich, ob ich muss weitergehen soll. Ich glaube, ich mache... Das hier mal. Ich habe echt genug. Und... Ogre sind mir lieber als... Als... Grundzahl mittlerweile. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Nee. Egal. 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 Aber ich kann die... Waffenstärke erhöhen. Das könnte ich ja mal machen. Genau. Ähm... Sie warten uns an! Was? Wo? So. Und... Ja. Es sieht aus... Nein. Hier gibt es einen Weg. Es gibt... Einen Weg. Das ist ein Weg, das finde ich sehr beruhigend. Da müssen wir... Können wir noch einen Hafen bauen. Ein Schiff fahren. Das weiß ich nicht. Alles ist dazu gehört. Aber hier scheint... Die Festung zu sein. Ja. Hier. Hier ist sie. Nein. Das ist es. Sehr schön... Ja. Also hier... ist die Festung... ... Schön war das, dass wir das erfahren. Gut. So. Hm, genau. Die Hochburg. Das erlaubt mir doch jetzt eigentlich... Warte, du gehst mal nicht da hin. Ein Urga-Maststall zu errichten. Genau. Das mach ich jetzt auch. Und... Du kannst du den reparieren? Du bist ja ein Kratzer, nicht schade. Aber okay, dann nicht. Ach ja, bevor ich es vergesse... Hier ist ein Flugabhörer der Menschen. Die ganze Zeit rumgeflogen. Den könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. Er macht ja nichts. So, ich brauche mir aber noch eine Ballista. Und ein paar Urga. Und... Dann... Fange ich schon mal ein bisschen an... alles aus dem Weg zu wollen. Ich glaube, ich brauche noch ein Gebäude. Und zwar dieses... Ich glaube, ich brauche noch ein Gebäude. Nicht... Nicht... Ich glaube, kaum machen wir das einfacher. Scheiße... Auf! Öl brauchen wir ja nur, um die Schiffe ehrze zu schlagen... Und die Burg aus... Äh... Auszubauen. Ja. Also von daher nur verblühen. Ähm, ne. Ich gehe erst hier weg. Ich gehe erst hier weg, wenn ich weiß, dass ich die herstellen kann. Weil... Die Tür behalten die auf jeden Fall auf. Das sollte nicht das Problem darstellen, aber wenn so eine Ballista ankommt, dann hätte ich schon... Oh, gar hier. Oh, die Festung ist gleich fertig. Sehr gut. Und 3, 2, 1... Nice. Es ist nicht gerade gut. Hier kann ich keine Oga machen. Vielleicht... Määäh. Mann. Das ist gemein. Okay. Menüspiel speichern auf 5,1. Waffenstärke erhöhen. Schildstärke erhöhen. Was ist das jetzt so raus? Oh, alles geht's. Okay. Ich mache am meisten diesen Weg hier frei. Zack. Ist ja direkt alles erledigt schon. Oh, nein. 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 Wer kamen? Bereitet euch da raus. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe die sogar gespeichert, falls ich die dringend brauche. Deshalb... Hier geht jetzt alle auf den. Wunderbar. Ähm. Hm, komisch. Das war jetzt gerade die leerteste, ich weiß nicht. Das ist klar, aber ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. So sieht aus, als wäre der. Oh, nein. Oh, nein. Sehr schön erledigt. Ja. Und jetzt haben wir auch Kampfkraft. Die Schildstärke erhöhen. Jetzt den hier töten. Alles klar. Hier noch ein bisschen Abwärts, äh, Abseits gucken. Was willst du denn jetzt? Na, verzieh dich! Oh, schnell die Tore! Weg damit mit dir und weg mit dir! Weg mit dir! Einer ist gestorben! Oh, ne Festung! Oh, ich warte mal eben kurz! Tick-tack, tick-tack, tick-tack! Und... Perfekt! Dann hier ein paar Urgarten ausbilden! So, nicht schließen! Sonst hab ich's nämlich gleich! Ähm, wir brauchen natürlich einen neuen Wurf! Für die hier schnell... Für die Holz, wie die hier schon abgehackt haben! Ich warte mal mehr.. Klar! Tick-tack! Tick-tack! ja meister meister alle auf ein sehr gut meister ok alles gut uuuhh nelelelele ich lebe noch! der eine lebt noch mit EIN HP er lebt... der hat mit einem HP und ja 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 das war die Tür. Ach komm, ab ins Verderrten. Mach die Mauer kaputt. Niemand hält mich auf. Ich weiß dich kaputt. Seht ihr, wie leistet ihr? Das ist unglaublich. Was sind die lustig? Mach die kaputt, wenn mich keiner stört. Nee, mach ich euch. Nee, mach ich euch. Mauer kaputt. Haha, wie genial. Na, Quatsch. So, das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, ich mach noch die Ballista Stärke erhöhen. Bin ich gerade... Äh, was soll denn das jetzt? Bin ich gerade vom Nachteil? Lalalala. Bereitmeister, aber ich nicht. Bereitmeister, aber ich nicht. Bereitmeister, aber ich nicht. Was du da sagst, ergibt keinen Sinn. Muss das auch nicht. Ich bin ein Oger. Ah, ah. Nee, Mann. Ah. Neun Einheiten. Ich kann den ersten Angriff eigentlich schon mal starten. Gleich. Schwache eben. Aua, ja kaputt. Ohlala. Es ist nicht wehtun, gegen einen Mann zu schlagen. Aua. Bereitmeister, aber ich nicht. Ach, total weh. Ach, total weh. Lalalalalala. Ach, total weh. Schmack. Ach, total weh. Ach, total weh. Gärlich. Eii, die erste Mauer ist kaputt. Jetzt die zweite. Ich shit. er hält niemand auf das ist doch genial ich laufe hier mit einer OP rum, ach ich zerstöre die Mauer wie sagt man auch so schön klein wie macht Raum ist ich finde das trotzdem so genial macht der erst mal hier alles kaputt nee, was ist denn da? ne ja, schon gut, schon gut bum bum hm, egal so na, nicht der äh, 1,2,3,4,5 dann noch einen, ne, hier aber jetzt was komm schon mein Fingernagel zeigt da drauf erledigt und plus 15 ich bin nicht Gold, bauen sie mir Gold ab ich hab nicht 4000 Gold übrig wie geil bis jetzt aber alles klar so alles klar alles klar alles klar alles klar, genau okay, was wollte ich jetzt genau ich wollte speichern da, und liegt wieder ja danke bis jetzt bis jetzt